Leute, ich muss euch was gestehen, ich bin glücklich, es gibt mal Regen, Dexter ist immer glücklich wenn es regnet, kein Schnee, keine Kälte, 7,2 Grad, das ist ja fast wie im Sommer, also ihr wisst ja, letzte Folge bin ich gestorben an den Bär, ach da war nix, ich bin wieder da und habe Holz mitgebracht, ich bin ja von zu Hause wieder gestartet, ihr wisst ja von unserem letzten Spawnpoint, macht nix, wir haben Bretter mitgebracht, dann brauche ich die wenigstens jetzt nicht nochmal, nochmal hier craften, wenn wir die ja sowieso schon haben, also das war's, mehr Bretter habe ich, noch eins noch, okay, macht aber nichts, ich habe wenigstens schon mal das gemacht und jetzt machen wir noch den Rest und dann machen wir heute unsere, unsere wichtig, wichtige Folge, unsere wichtig, wichtige Folge, wichtige Folge, ne, das, 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 das kostet Lehm, das kostet mich auch Lehm, ich wollte ja jetzt ein bisschen, naja komm, dann machen wir einfach nur ne, nur ne blöde Hütte hier oben drauf, ne, Deckel drauf, ja, 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 ok, passt, so, ähm, mein Körperzustand ist ungefähr der hier, ich muss was gerade mal weglegen und so, hat sich nämlich gerade ein Fenster von, von Epic Games geöffnet, übrigens zu empfehlen, ähm, nicht, dass ich Werbung mache für Epic Games, aber es ist zu empfehlen, wenn ihr Computerspieler seid, ähm, jetzt kommt unser Wolf und meine Dunkelheit, oder im Nebel, müsst ihr ja, der ist meistens mal ganz nah, wenn ihr PC Spieler seid, und ihr seid, ab Steam, das ist vielleicht gerade mal an Leute gerichtet, die sich ein bisschen weniger damit auskennen, oder vielleicht an die ganz jungen Leute, die überhaupt, ähm, ja, vielleicht nur von Mama und Papa an den Rechner dürfen, es ist echt zu empfehlen, euch Epic Games, oh, da ist ein Kollege, ähm, Epic Games runterzuladen, jetzt kommt die Frage von den Leuten, die sich damit nicht auskennen, was will ich damit, und jetzt kommt die Frage von den jüngeren Leuten, wo, wo meistens dann immer die Antwort kommt von Mama und Papa, nein, es reicht, wenn du Dings hast, es reicht, wenn du Steam hast, da haben sie vollkommen recht, ähm, es empfiehlt sich aber echt wirklich, Leute, das empfiehlt sich wirklich, dass man, wo ist der, dass man sich, nicht nur Steam, sondern auch Epic Games mal runterlädt, weil Epic Games macht sehr, sehr oft, wo ist der, sehr, sehr oft, jeden Monat, und in der Weihnachtszeit waren jeden Tag bis zum 24, vom 1. bis zum 24. jeden Tag ein Spiel gratis, und es gibt, äh, ich hab bei Epic Games, glaub ich, zwei, äh, drei Games gekauft, alle anderen sind geschenkt, gut, war gar nichts, oder? So ist der Scheißwolf, also, ladet euch ruhig mal Epic Games runter, registriert euch, ist es, das gehört eben dazu, oder, der sei ja, äh, der Junge, äh, ich war da hinten am gucken, gut, die Pfeile, gott, das haben wir was zu essen, direkt hier auch noch, nicht viel, aber wir haben was, ähm, warum nicht, also, man registriert sich doch sowieso überall, ganz ehrlich, und, es gibt, Spiele gratis, warum sollte man dann nein sagen, oh, hallo, oh, hab ich schon, so, ähm, ich weiß nicht mal ganz kurz, als, äh, bretter, mach, dings hin, worum sollte man nein sagen, zu spielen, und ich rede jetzt nicht von, Pixel, Y, retro, hässlich game, das gibt es natürlich auch mal, das heißt ja nicht, dass sie schlecht sind, ähm, ähm, vielleicht habt ihr das Let's Play von mir gesehen, zu, Jurassic World Evolution, gab es auch, ähm, ach, es ist nicht nur, es ist nicht normale, normale Titel, in den, in der Spielebranche wird das ja an, als A, also B, 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 B+, nee, C, C+, glaube ich, B, B+, A, 2 A und Triple A, also 3 A, so wird das gerechnet, bei, der Qualität des, des Spieles, ähm, ich lass es da mal, nicht die Qualität, ach, nein, das ist falsch, äh, die, ähm, ich sag einfach mal, die Größe der Ausgaben im Spiel, also es gibt jetzt so Spiele wie, äh, vielleicht Among Us, die gehören dann zuerst, eher zur Kategorie, B, vielleicht, B heißt dann eben, hat nicht viel gekostet, aber ist, wie er, äh, gesehen hat, ist trotzdem zum, zum Superhit, äh, votiert, was hab ich denn jetzt schon wieder drin, ist irgendwie nicht so schwer, steine, dann gibt es solche wie Cyberpunk, das letztes Jahr, ja, im neuen Jahr, das glaube ich rausgekommen, im neuen Jahr rausgekommen ist, das ist ein Triple Ape Titel, der hat haufenweise Geld gekostet, und so weiter und so fort, ich tue mal hier Sachen reinlegen, dann müssen Platz haben, so, das, 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 so wird es eben gerechnet, für die Leute, die es wissen, die drehen, verdrehen gerade die Augen, mein Drecks, was jetzt sitzen, mir ist da für den 5 Wolf, ich rede jetzt aber von denen, über die Leute, oder für die Leute, die sich ja jetzt vielleicht nicht so auskennen, und bei Epic Games gibt es dann zwischen C und Triple A Titel, ich habe meine Cousins in Italien auch, also, ich wohne in Italien, meine Cousins in Italien, ich habe den schon gesagt, ihr seid echt blöd, wenn ihr jetzt sowieso nur, wenn ihr sowieso bei Steam spielt, warum zum Teufel, ladet ihr nicht euch, Epic Games runter, Epic Games runter und, und, nimmt die Free Games mit, das heißt, das ist nicht, dass du die Spieler unbedingt spielen musst, sondern dann behältst du sie eben in der, in der Bibliothek, das nächste Mal, vielleicht. Ah, okay, vergessen. Was war das denn? Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, der lief auf dem Boden, ekelhaft, ekelhaft, cool, das sah richtig gut aus, wo ist der? Ähm, wo ist der? Hier. Wie viele Feile habe ich eigentlich noch? Äh, wie sehe ich das nochmal? Weil ich jetzt im Wasser bin, glaube ich, ne? Ja, okay. Habt ihr das gehört? Ach, cool. Ich glaube, der Patch, ich habe euch ja vom, äh, letztes Mal von dem Patch erzählt, und ich glaube, so wie es aussieht, ist der Patch schon da. Also, der ist auf der, auf der Beta-Vision schon drin gewesen, vielleicht ist der jetzt, ach, das ist cool, das war gar nicht mehr so schlecht. Also, ich hatte echt gerade Probleme, den zu treffen. Was war das? Oh, das sind das vielleicht die Zombies, die in der Nähe von dieser Stadt sind. Ah, ich hasse das, äh. Wer grunzt dir? Bestimmt wieder im Wasser, ist ein Meer Schweinchen. So, komm, Leute. Okay. so, zack, 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 zack. Was ist cool an? Oh, hier vergammelt mir langsam der Shit hier. Nein. Hm. Ah, cooler Sound. Jetzt geht's langsam. Es ist, jetzt wird das schick. jetzt sind die Sounds hier anders. Ich bin glücklich darüber. Äh, schmutziges Wasser. Äh, ach ja, guten Morgen. Cool, neue Sounds. Das war wichtig, die neuen Sounds. Überhaupt neuer, neuer. Mann, der ist im Wasser gespawnt. Oh, One-Shot. Krass. Äh, da ist es. Oh, nein. Cool. Ich guck, ich glaube, ich kann jetzt kein Dings mehr mitnehmen, ne? Kein Wasser mehr drauf tun, ne? Ja, es läuft schon das saubere Wasser schon da. Schmutziges Wasser. Leeren. Okay, passt ja. Ist egal. Komm. So. Äh, nochmal hier drauf greifen. So. 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 Cool. Haben wir, was haben wir noch in der Tasche? Jetzt muss ich loswerden noch. Das, das. Das tun wir einfach mal ganz kurz mal weg. So. Warum zum Teufel der Bogen nicht die Pfeile aufnimmt, das ist der Köcher. Haben wir alles? Ach nee, wir müssen noch einmal, noch einmal los und dann gehen wir los. Dann haben wir, ach ich hab die Tür noch zu machen. Letztes mal, die letzte Folge vielleicht noch schaffen können, vielleicht noch mit einer Überlänge. Ist ja cool aus, übrigens hier, ne? Dieser Fels. Ähm. Aber wäre ich nicht an den blöden Bären gestorben, den ich übrigens nicht mehr gefunden habe, am Endeffekt. als ich hier zurückgelaufen bin, habe ich den nicht mehr gesehen. Hat sich aus dem Schlau gemacht. Der Schlingel. Oh, okay. Wir brauchen Brede. So, pass auf. Noch die Tür. Wir brauchen Acht Brede. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was hab ich denn jetzt in der Tasche wieder? Wie viel brauchte ich jetzt noch mal? Eins, zwei, drei. Okay. Perfekt. Was war hier noch? Vier Bretter. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt, perfekt, perfekt. Yes. Okay. Steht. So, jetzt setzen wir das noch hier hin, aber das mache ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also, ich werde das jetzt noch den, äh, Werkbank. Äh. Äh. Ach cool. Amboss. Nagel. Webstuhl. Chemie. Ups. Okay. 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 Okay, die, die, die brauchst du wieso. Darüber wollen wir gar nicht drüber reden. Okay. Passt. So. Äh, jetzt bin ich aber gerade, äh, äh, äh. Oh, was haben wir hier? Oh, das ist auch neu. Glastür empfinden. Was war das? Ach, das Feuer ist ausgegangen. Ich werde auch gerade nachts. Scheiße. Wir brauchen ein Bett. Ähm. Bett, Bett, Bett. Nee, aber Möbel, ne? Bett, Bett. Äh. Äh. Hä? Warte. Bretter 6. Das machen wir noch. Okay. Wir machen das Brett noch schnell fertig. Brett, äh, das Bett. Weiß wird jetzt dunkel. Und dunkel ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das gefällt mir gerade gar nicht. Und dann schlafen wir uns ganz kurz aus und dann gehen wir beim, beim Tageslicht dorthin. Ich glaube, wir schaffen das, glaube ich, nicht mal in dieser Folge dorthin zu gehen. Shit, ey. Das war jetzt eigentlich nicht mal eine Idee. Äh, Bretter. Okay. Shit, es ist so dunkel gerade. Es ist so mega dunkel. Ja, 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 komm. Ampel woanders hin. Ich brauche dich jetzt nicht. Das ist schade, dass es immer noch nicht so ganz, noch nicht so ganz funktioniert. Ich wusste, dass ich ein Brett aufgesammelt habe. Das war mir ganz, ganz klar. Okay. Die Lichtquelle war mir wichtig gerade. So, nehme ich. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Okay. Oh, es ist dunkel. Eins, zwei, drei. Okay. Okay, cool. Dafür brauchen wir jetzt ein paar Steinchen. Wie ist das gruselig gerade? Ganz, es ist mega gruselig gerade. Eins, zwei, drei, vier. Die tun wir mal rüber. Kommt ihr auch noch rüber? Ja, nee, nicht die Stein. Okay. Ich habe übrigens gehört, dass man das mit der Maus, mit dem Mausrad drehen kann. Ah, habt ihr mir auch geschrieben gehabt. Interessant. Okay. Machen wir aber in der nächsten Folge. Shit. Ich kann es machen. Och nein, ich konnte nicht mehr. Oh Gott, irre. Hallo. Ich bin wieder da. Mega, mega ärgerlich. Ich weiß, dass es aber nicht so schlimm ist. Weißt du warum? Ich habe keinen Bock ab, zurückzulaufen. Ich nehme mal ein paar Eisenbahnen mit. Äh, geht das nicht? Eins, zwei, zwei Stück. Eins, zwei, ein, oh. Das ist gut, dann nehme ich die direkt so mit. Okay. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Was brauche ich jetzt nochmal? Eisenbahnen, zehn Stück? Wie heißt das denn jetzt? Was ist, was ist das jetzt hier? Ist das nicht die Werkbank? Nägel. Und wie macht man jetzt Nägel? Ich glaube, wir müssen das wirklich in der nächsten Folge machen, Leute. Es tut auch hier. Schrauben. Neue Bilder. First Aid. Nägel. Ah, jetzt kommt das auf den Amboss. Aha. Okay. Leute, seid mir bitte nicht böse, dass wir heute, oh, so ein ganz kleines Ding hier. Das ist schick. Das Ding tun wir mal umstellen. So, finde ich ganz cool. Und dann tue ich nämlich hier vorne den Amboss hinstellen. Dann machen wir heute mal diese neuen Sachen. Ich würde gerne hier, hätte ich noch gerne so reingebaut. Ja, ja. Den kriegen wir noch untergebracht. Ha! Cool. Was kommt? Bretter 8, Eisenbarren 10. Naja, Bretter. So. Ich habe nämlich keine Bretter, aber die hätte ich mich... Oh doch, habe ich wohl noch. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Cool. Neues Zeug. Das wusste ich gar nicht. Nein, ich habe mir auch schon gedacht, dass ich eins so viel... Was bist du denn? What? Fröge. Alter, ich will mich gerade erschrocken. Junge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun. Wow, meine ganzen Vorräte. Wow. Und jetzt mache ich hier Nägel oder was? Mit einem Eisenbarren auch oder was? Okay, wir müssen es, äh, anders machen. Cool. Sound. Cool. Jetzt habe ich das dabei. Brett dabei. So. Das Brett, wo konnte ich das Brett nochmal? Habe ich das hier nicht irgendwo? Ah ja, hatte ich hier gehabt. Okay. Hm. Okay, wir machen mal folgendes, äh, wie ja, das war getrocknetes Fleisch, das war gekochtes Fleisch, das Brett brutzelt ja mal schneller weg. Ähm, ich habe gerade getrunken, ist aber nicht hochgegangen. Buck. Hallo. Buck, buck. Okay. Wow. Mhm. Okay. So, jetzt. Mit einem Eisenbarren, an dem, kriege ich wie viele Nägel? Zehn Stück. Wie viel brauche ich für die Werkbank? Zehn Stück, das passt. Okay. Dann haben wir jetzt den Brett, das kann ich noch vor Ort machen. Okay. Also Leute, hat sich das hier mal wieder erledigt, hier das Ganze. Okay. Dass sie überhaupt noch hier liegt, dass sie noch nicht vergammelt ist, finde ich ganz interessant. Ach so. Ah ja, okay, ich kann noch nichts bauen, wie so zum Beispiel Kühlschrank oder so ein Quark. Dafür brauche ich nämlich wieder das Zeugs. Wie geht es eigentlich draußen meine Gemüse? Das geht denen gut. Das brauche ich alles hier nicht mehr. Kann alles wieder raus. Dann pflanze ich jetzt wieder alles ein, so wie es vorher auch war. So. Also, wir pflanzen einmal ein. Wir pflanzen Mais, haben wir schon gerade. Ne. Und zwei Gurken. Ich glaube, eine Kartoffel habe ich schon eingepflanzt. Das war hier, ne? Kartoffel. Kartoffel. So. Ich heiße mal, dass nicht mehrere Samen rausbekommt. Also, dass man nur einmal ein Samen zurückbekommt, ist ein bisschen komisch, ganz ehrlich. Aber so, das ist so, wie es ist. Was kann man denn am Boss bitte noch mehr machen? Weiß ich nicht. Irgendwas kann man bestimmt am Amboss auch noch machen. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei. Und wieder zurück. Was haben wir jetzt noch da? Das haben wir rausgeholt. Das haben wir. Okay. Ich stecke das mal einfach ganz kurz weg. Da will ich hier wieder die Tasche ein bisschen frei haben. Das deckt mich. Ach, Mensch. Okay. Komm, wir lassen. So. Ein bisschen Ordnung. So, das brauche ich eigentlich alles nicht. Das brauche ich auch nicht. Hier, la. Ich könnte, ich müsste eigentlich, da bin ich mal ein bisschen mehr tragen kann, einen größeren Rucksack machen. Und mir fehlte genau, wie viel war das? Zwei, ne? Ich brauchte, glaube ich, acht. Wo ist das? Rukisaki. Äh, da. Ach, jetzt haben wir die Eisenexte und sowas dazugekommen. Ach, cool. Das ist geil. Krokodil. Jaja, zwei Fäden mehr noch. Das ist echt, echt ärgerlich, ne? Was haben wir denn hier alles? Haben wir noch was dazu bekommen, was ich nicht gesehen habe? Ne, ne? Hier ist alles okay. Was ist das? Aluminiumerz. Mhm. Brot. Ofen, Kartoffel sind das nicht Brot. Okay. Fischis. Was ist das? Fleisch, Eintopf. Okay. Wird auf dem Herd mit einem Eintopfmischung hergestellt. Ah, lange haltbar und eins plus für deine maximale Gesundheit. Ah, so kriege ich mal die Gesundheit wieder her. Aha. Ähm, Eintopfmischung wird auf dem Herd. Ist das der Herd? Ach, komm schon jetzt. Ich gehe mal da draußen. Scheiße. Mann, ey, das, ich hänge jetzt. Mann. Geil, der hat in mir gehangen und hat an mir geknabbert. Ob das jetzt wirklich so geil ist, weiß ich nicht, aber ich konnte nicht, ich kann nicht schießen. Aus der näheren Distanz kann man glaube ich überhaupt nicht mehr schießen, weil der, ups, weil das wird mir nicht angezeigt, dass ich da was machen kann. Das hängt dann immer fest, der ganze blöde Bogen. Okay. Okay. Was war das jetzt hier, das Ding? Warst du ein Herd oder warst du kein Herd? Herd, Herd, Herd. Möbel. Wie ist die Ordnung? Warst du bescheuert? Eisenbrocken 5. Ich glaube, ich nehme mir mal 5 da mit und finde eine Lampe dort hinzusetzen. Wo ist das Ding? Metallherd. Nee, ich habe aber, was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Was, was ist das denn jetzt hier? Ja, ich habe den, Kohle, ach, Kohleofen. Steht auch ganz groß dran, ne? Kohleofen. Hieß der auch vorher Kohleofen oder hier hieß der einfach nur Ofen? Weil sonst hätte ich das doch irgendwie direkt verstanden. Aber egal. Gut, Leute, ich nehme noch 5 Eisenbrocken mit. So. Wie geht es mir? Körperliche Verfassung, wie drüber geht? Ein bisschen, ja. Okay. Das macht jetzt nichts. Ich laufe trotzdem jetzt so los, wie es ist. Brauche ich noch irgendwas? Und dann geht's los. Wie ist das? Finde ich noch mal schnell, bevor ich das loslaufe. Einmal das, das Lagerfeuer nochmal auf. Und dann geht's los. Ich müsste auch eigentlich mal meine ganze, alles hier mal zubauen. Habe ich jetzt bis jetzt auch noch nicht gemacht. Okay. Und dann laufe ich jetzt mal rüber. was war? Was habe ich denn hier zu dem Problem? Ach ja, ich muss ja trinken. Habe ich hier was? Habe ich hier noch sauberes Wasser? Schmutziges Wasser auch hier. Fertig hier schönes Wasser? Sauberes Wasser. Haben wir ja schon. Okay. Passt doch jetzt. Okay. Ich könnte, ich könnte bei Tageslicht laufen, indem ich jetzt schlafe. Ich schlafe mal Nacht. Ich mache das jetzt noch mit euch ein Stückchen. Vielleicht auch bis zum Schluss. Und dann gehen wir wirklich in der nächsten Folge. Haben wir es jetzt endlich geschafft dann. Na. Habe ich das Wasser mitgenommen? Habe ich es aufgefüllt? Nein. Und dann gehen wir nämlich in der nächsten Folge dann auch wirklich dann jetzt in dieses bescheuerte Dorf, ey. 200 Jahre, wo wollte ich schon immer da reingehen. Die ganze Zeit da reingehen und trotzdem bin ich noch nicht reingelaufen. Ach. Passt. Mehr brauche ich nicht. Habe ich jetzt Wasser dabei? Dreck, wir trinken. Okay. Und tschüss. Oder komm, woher geht es die Tür? Okay. So. Ai, Junge. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, so kann das nicht weitergehen. Aber so passt es jetzt. Wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben zwar wenig Pfeile, aber die könnte man noch dann vor Ort craften. Ansonsten. Boah, Schock, ey. Ich glaube, wir haben eigentlich alles, ne? Schnauze. Bös Vieh. Ein paar Pfeile haben wir zu wenig, finde ich. Mehr als Frühling. Ja, wir haben noch 23 Pfeile. Das ist echt wenig. Auch wenn das ja die perfekte Zahl ist, ne? Leute, ich laufe den Weg jetzt zurück. Wir sehen uns in der nächsten Folge und da wisst ihr, was wir machen. Wir gehen dann einfach eiskalt da rin. Rinder in die Jute-Stube. Ich bin echt total gespannt, wie ihr bestimmt auch. Für die, die das jetzt schon gesehen haben, bei irgendeinem von irgendjemand anderem ist, ist ja okay. So ist es eben. Oder vielleicht haben sie es ja selber, habt ihr ja selber gespielt. Aber für die, die darauf die ganze Zeit gewartet haben, glaubt mir, ich bin genauso Hulle. Ich bin genauso neugierig, wie das, wie das jetzt hier weitergeht mit dem mit dem Dorf. Ich hab jetzt keinen Bock, jetzt mal den ganzen Weg euch nochmal zu zeigen. Den kennen wir schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann beim kleinen Außenposten. Bis denn. Da hab ich noch.